Moin moin YouTube! Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Ja, was wäre die Welt ohne Updates? Erstmal vielen Dank für die 1220 Abonnenten, die wir gerade zurzeit haben. Sehr, sehr schöne Zahl, die wir schon erreicht haben mittlerweile. Ich hoffe, das wird künftig auch so weitergehen. Aber ich muss euch ein bisschen, ja, was ankündigen in Bezug auf die Anzahl der Videos, die jetzt so innerhalb der Wochen kommen werden. Für alle Fans, die mich noch vor meiner Arbeitslosigkeit kannten, sprich vor April diesen Jahres, kennen wahrscheinlich mein eigentliches Programm, wie das sonst immer war. Also ich habe immer montags das Opening gemacht und am Wochenende dann irgendwie DevPro-Duelle oder, wie heißt das, irgendwelche Duelle, die ich mit meinen Kollegen gemacht hatte. Ich möchte so ein bisschen wieder dorthin zurückkommen, weil ich jetzt wieder Fulltime-Job habe und, ja, sozusagen eigentlich kaum Zeit habe, jetzt noch Videos am laufenden Band zu produzieren. Die letzten, das waren ja eigentlich vier Monate, ja, April, Mai, Juni, Juli, ja, und dann bis nach August. Die letzten viereinhalb Monate, wo wir halt am laufenden Band produziert haben, war halt auch ein bisschen dazu da, um die Zeit jetzt zu überbrücken, bis man wieder sich, ja, Beruf findet, wo man wieder einsteigen kann. Da war es natürlich möglich, jeden Tag was zu produzieren. Jetzt ist es tatsächlich sehr, sehr schwer und anstrengend und daher werden wir es so machen. Wir werden keine der aktuell laufenden Serien canceln, auch wenn vielleicht die eine mehr oder weniger erfolgreich ist. Wir werden das einfach so machen, dass wir das jetzt nicht auf, ja, auf Biegen und Brechen dann versuchen, dann halt rauszubekommen jede Woche, sondern einfach, wenn wir gerade Lust haben, dann werden wir das Video dazu machen. Vor allem, was Retro-Duell-Reihe angeht, da ist es eigentlich gar nicht so schwer, das aufzunehmen. Da muss man halt sich einen Tag nur finden, wo man die Deckschnitt zusammenbaut und das dann aufnimmt. Dann hat man schon wieder ein bisschen Videomaterial für die Woche, aber ansonsten würde ich halt, ja, ein bisschen weniger erstmal auf dem Kanal machen. Das heißt nicht, dass der Kanal tot ist. Das heißt nur, dass ich nicht mehr so viel Zeit investieren kann, beziehungsweise die Zeit auch etwas anderes investieren möchte, weil ich habe ja angekündigt, eigentlich damals für Mitte August, Tutorial-Videos zu machen. Dann kam das ja dann dazwischen mit dem Job und seitdem ist es ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten. Offiziell, inoffiziell, so bei mir persönlich, ist es noch auf dem Schirm. Ich bin überlegen, wie ich das aufziehen möchte, weil ich würde gerne da weitermachen mit solchen Videos und auch hier halt mit so einfach Duell-Serie weitermachen oder halt so Match-Analysen und so halt so mehr Real-Life-Videos und weniger hier einfach nur DevPro da vorzuservieren. Und da überlege ich mir halt noch das Konzept, wie ich das machen möchte, weil ich möchte das nicht einfach nur runtergebrabbelt haben oder auch einfach so erzählt haben, sondern ich möchte das auch schon ein bisschen interaktiv beziehungsweise, ja, interessant für euch auch machen. Also daher bin ich dann auch überlegen, wie ich das mache und dafür wird halt dann die Zeit genutzt, wo ich normalerweise eigentlich die Videos machen würde, die unter der Woche kämen und dadurch halt fällt das jetzt erstmal sozusagen ein bisschen weg und dadurch wird es ein bisschen ruhiger auf dem Kanal werden. Wir werden nicht mehr sieben Videos die Woche haben oder auch manchmal mehr hatten wir. Das würden sich wahrscheinlich dann so auf, ja, drei Videos die Woche einpendeln oder so, drei, vier Videos, je nachdem. Ich finde das mal tatsächlich, wenn wir irgendwie mal Bock haben auf Deckbuilding-Woche oder... Ich würde das ja zukünftig eigentlich fast alleine machen. Dann, ja, dann werden wir das machen und dann haben wir halt das Videomaterial, aber wenn nicht, dann nicht. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das ist auch mal interessant. Wo war ich denn gerade? Ach ja, ich habe ihn wiedergefunden. Bezüglich der News. Die News werden weiterhin laufen, je nachdem halt, ob genug Material an Info überhaupt in der Woche rüberkommt. Und letzte Woche ist es ja ausgefallen, weil er einfach zu wenig da war, aber für die nächste Woche ist... Also für dieses Wochenende ist auf jeden Fall genug da. Da werde ich auch ein Video drehen. Und ansonsten werde ich halt tatsächlich dann Openings machen, diese Videos. Mal gucken, ob wieder Güte Labetti wieder mehr reinkommt. Ich muss mal gucken, ob wir da mal irgendwelche Sammlungen wieder an den Start bekommen. Und ja, also der Channel ist noch nicht tot. Nein, der wird auch nie tot sein. Ich möchte auch mehr Richtung Musik machen, wenn man hier vielleicht nur die Gitarre und meinen Verstärker sieht. Ich möchte ein bisschen die Songs aus meiner alten Duell-Serien endlich mal hier auch hier hochbringen. Da muss ich mal ein bisschen die Videos dafür fertig machen. Und ihr fragt ja auch immer nach, nach den Songs für meine Openings, den 42-Minuten-Song. Den will ich dann auch irgendwann mal hochladen. Bluesy Jazz, glaube ich, heißt er. Und ja, haben wir noch was? Ich denke nicht. Also es wird hier weitergehen. Ich würde mir ein Konzept überlegen. Und ich weiß jetzt nicht, wann das losgehen wird mit den entsprechenden Tutorial-Videos. Aber ich würde dann rechtzeitig Bescheid geben. Und ansonsten kann man sich bei Facebook auf dem laufenden Handel halten. Und ja, ich denke mal, das reicht erst mal genug für das Update-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt dabei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung. BR 2018